Hallo Leute, ich bin's wieder, der Kautian, es geht weiter. Oh scheiße, ach. Scheiße, ich hasse das. Okay, komm, ihr Gesicht. Ey, wie hat das jetzt mich getroffen? Fick dich. Mann, fick dich. Das ist so ein guter Anfang für mich. Mann, wie soll ich da rüberkommen, verdammte Scheiße, doch mal. Fick dich. Nee, nee. Nein, nein, kein Game Over, das denkst du wohl, aber ist nicht so. Okay, wieder da. Oh scheiße. Okay. Scheiß Gesicht. Fick dich, du... Ich kann's nicht sagen. Das ist nicht Jugendfeuer. Was hat das denn? Okay. Ey, verdammte Scheiße, doch mal. Wie soll ich da rüberkommen? Ey, das doch... Egal, ich sag einfach nichts dazu. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Mann, ich bin am Ziel. Ja, ich bin am Ziel. Hä? Warum ist da unten gelb? Ach, fick dich, komm mal. Fick dich, komm nicht mal da hoch. Mann, ey, nö, 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 nö. Ich hab's geschafft. Dö, 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 dö. Ja, okay, ich weiß Dankeschön Äh Okay, Platzwechsel, super Und nein Habe ich ja jetzt dein Leben dazu bekommen, oder wie? Wenn ja, kein Problem Bin für alles offen und nein, Gesicht Du strickst mich nicht und spinnst du auch nicht Scheiß Spider-Man-Kopie Okay, ich kann Steine kaputt machen Super Aber das ist trotzdem unlogisch Okay Ey, sag jetzt, ich bin gleich am Ziel Das wäre etwas zu leicht Und ein Pilz Wir sind nur ein paar Zentimeter Geschrumpft, na klar Größer geworden Trotzdem sind ja gewachsen Was war das denn? Okay Ach du Scheiße Die übertreiben hier voll Die übertreiben hier, was los mit denen? Fick dich Ey Ey, das ist doch Ey, muss ich von vorne? Ach so, nein Puh, ich dachte schon, ich muss von vorne Okay Fick dich Geschafft Oh, oh, das war echt knapp Oh, das war, das ist brutal Oh Oh, ich hab Hunger Oh, ich hab Hunger Oh nein, diese komischen Grafikfehler Ich verstehe diese Spiele nicht Ganz und gar nicht Wartet Okay, ich hab nur kurz Das gespeichert, weil Ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen Wie ihr wisst Und Wie ich es geahnt habe Kein Game Over Nee, nee Nee, nee, nicht so Was, Continue? Ja Okay Hey Hm Hm Fick dich, du Okay Was? Was, man kann nicht draufstehen? Fick dich Ey, ich bin zu schlecht Und Game Over Oh Scheiße Muss jetzt mal vorne Bestimmt Ja Und das ist niemals So Wieder da Wie ich gesagt habe Das muss man hier machen Okay 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 Oh Du Fick dich Kein Game Over Fick dich Du Scheiß Humo Ey, ich will weitermachen Mann Oh Scheiße Oh, scheiße Das war knapp Oh, scheiße Das war zu knapp Und das auch noch Bitte Geschafft 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 Kann ich da rein? Und da kann ich auch nicht bestimmt Und du scheiß Gumbo Geh weg Wartet Es geht weiter Du Du scheiß Gumbo Verpiss dich Verpiss dich Keiner ist ein Freund Und niemand will das Hä? Achso, ich dachte schon Komm hier nicht Geh weiter Oh, ich muss besser aufpassen Scheiße Scheiße Äh Wie ist jetzt Was? Achso Puh Puh Ich dachte, es ist schon Es wäre Geschichte mit mir Was? Äh, warte Okay, es geht weiter Äh Ich glaube, ich bin gleich beim Endboss Du verpiss dich Ja, ich glaube, ich bin gleich beim Endboss Komm her Den weg Und gibt's hier wenigstens ein Pilz für mich Dankeschön Wartet Okay, es geht weiter Äh Scheiße Scheißgesicht Verpiss dich Wie? Ach, verpiss dich Und da ist ein Gumba-König Sie sind bei der Statue da Bei der Säule, meine ich Was? Puh Schwachkopf Was ist das eigentlich für ein Teil? Die dritte Welt haben die Augen noch geschafft Im Part 3 Und bestimmt kommt wieder diese Pseudo-Daisy Oh Thank you Mario Oh Daisy Komm her Ihhh Ihhh mal oh nein die kenne ich noch ja scheiß missteile und was willst du vogel komm herr vogel ich hasse dich ja ich weiß scheinert und ich weiß du bist auch weg du auch komm mal schneller hoch warte ok es geht weiter und ich glaube ich werde ja richtig reinkarten diesen level du piranha pflanze oder wie du noch heißt warte da gab es doch irgendwas ach gab es nichts was ist durch hier muss hier weit springen geschafft 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 und das eine kanone du bist weg und wir haben es noch viel einzig wieder gedrückt und trotzdem hat uns nicht getroffen ok du passt die teilen ach man und schlange schlange nein schlange du bist tot er gibt es ja nichts hier man kriegt euch meins das war ein männer ok das war nicht männer das war nicht mehr nennen ok scheiß vogel stirbt kriege ich wenigstens etwas hier wenigstens etwas ok 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 du bist weg ok nichts game over hier oder kann ich von vorne wieder anfangen nein geht nichts game over ok es geht weiter wieder vom anfang und ich habe nachgeguckt ja nur 30 sekunden da versuchen immer ganz weiter zu kommen weg weg doppel kill wartet ok ich muss gleich hier die aufnahme beenden und wir sehen uns im nächsten part und ja wir haben noch so fünf okay ich muss die aufnahme beenden tschüss okay ich muss die aufnahme beenden tschüss